Eine Stunde später, halb acht, sind die Sache schon dichter hier so freundlich. Der Wind kommt jedoch immer noch von Süd und hier nach unserem herrlichen Maisfeld wunderschön anzuschauen von unserer Dachterrasse aus. Hier sind die Kartoffeln schon weg, da hinten sind noch Stangenbohnen. Ja, liebe YouTube-Freunde. Wieder ca. eine Stunde später, es ist etwa viertel vor neun, mit Blick Richtung Hemberg und mit Blick ins Tal hinunter. Der Wind hat abrupt gewendet. Er kommt jetzt vom Tal, unten herauf, West. Von West kommt er. Und die Temperatur ist innerhalb von ca. 10 Minuten mindestens 5 Grad gefallen. Also wir sind, wenn wir nicht schon mitten in der Kalbfrant sind, so sind wir bestimmt am Anfang dieser Kalbfrant. Wir hören auch den Wind in der Stange. Die Stromstange, das Rauschen vom Wald. Das hat ja der Wetterbericht noch angesprochen. Starke, stürmische Windböen. Ich habe vorsichtshalber auch noch meine drei Fahnen heruntergenommen. Mal sehen, was wir hier. Jetzt wird das. Mal sehen, was wir hier ist. Podso apologise.